Hallo liebe Zuschauer, heute zeigen wir euch das Spiel Fabulantes! Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spiele-Blog zu euch nach Haus. Hallo liebe Zuschauer, heute stellen wir euch Fabulantes vor. Das hat sich ein Zuschauer gewünscht oder eine Zuschauerin. Das ist schon ein etwas älteres Spiel aus dem Hause Selector, ab sechs Jahre für drei bis sechs Spieler. Moment, sechs Jahre, Alina, kannst du das überhaupt mitspielen? Ich habe nämlich eh schon gewonnen. Du hast es schon mal gewonnen? Ja, das war aber schon lange her. Das ist schon eine Weile her. Wir haben das ganz schön oft schon gespielt. Ja, und wer fängt an bei dem Spiel? Ich, ich, ich. Okay, was muss man da machen? Ich bin nämlich grün. Ich bin gelb und Elias ist blau. Dann erzähl mal den Zuschauern, was du machen musst in dem Spiegel-Blog. Ich muss, wir müssen laufen in irgendeine Richtung. Und wohin? Das Wasser, dann darf man eine Karte aufdecken, man darf nicht zeigen, was da drunter ist. Vielleicht das könnte das drunter sein, das, das, das oder das oder das. Und was muss ich dann machen? Dann muss ich da hinlaufen. Ja. Und die Karte zeigst du jedem? Ja, dann muss man den zeigen, wenn der Mann schon hin ist. Äh, wählst du die verdeckt vor dir oder offen? Da kann man die verdeckt vor dir. Ah, ne? Verdeckt, wenn man das erfüllt hat, danach kann man sie aufdecken. Und man kann die anderen Äger, der grüne Würfel zeigt, man kann aussuchen, ob man das drehen will. Okay, und für was ist der Würfel da? Der zum Laufen. Okay, dann würde ich einfach mal sagen, das war eine kurze Erklärung, die Alina fängt an mit dem grünen Würfel. Und ihr Ziel ist es jetzt, hier erst einmal in den C zu kommen. Da bin ich auf. Oh, zwei. So, jetzt kannst du zweimal drehen. Du kannst. Kannst du den Papa ärgern, weil hier ist ein kurzer Weg. Nein, der ist super, da darfst du nichts machen, oder? Doch, doch, Alina. Ja, ne? Der Papa hat einen ganz schön einfachen Weg. Okay, und wie weit drauf drehen? Zweimal. Die Richtung ist egal. Die Richtung ist egal. Eins. Und nochmal. Zwei. Oh, ne, guck mal, wie ich jetzt laufen muss. Und jetzt musst du noch würfeln mit dem anderen Würfel, der zeigt an, wie weit du laufen darfst. Und die Alina darf vier Felder laufen. Eins, zwei, drei, vier. Ja, wenn sie auf so einem Punktfeld landet, dann gibt es so eine Ereigniskarte, die man dann ziehen muss. Auch wenn man auf einem Fahnenfeld landet. Stimmt, genau. Aber da komme ich jetzt da drüber. Ja, in dem Fall musst du wieder drehen. So wie das letzte Partieauto hast du gedreht, dann bist du direkt in die Mitte gelaufen. Jetzt ist erst einmal der Papa dran. Der Papa dreht. Der Papa dreht eins. Hm. So. Nein, so. Moment, ich muss mal schauen, wie ich jetzt am besten... Ich fahre. Oh, eins. Und dann laufe ich. Ich will nämlich auf dem Farbfeld. Oh. Eins, zwei, drei, vier, drei, fünf. Aber... Du laufst hier rückwärts. Ich lau... Oh, stimmt. So rum. Und ich muss jetzt nur noch hier hinlaufen, dann bin ich ja gleich im Ziel. Jetzt laufst du wieder rückwärts. So, jetzt laufe ich in die Richtung. Der Elias nimmt erst den grünen Würfel. Der würfelt immer mit beiden. So, er darf jetzt einmal... Oder manchmal auch nur mit dem anderen. Ne, das lasst du jetzt. Das ist gut. Elias. Die Kinder ärgern mich jetzt wieder. So, das geht schon da. Ja, wir wollen das nicht gewinnen. Okay. Schauen wir mal. Die Kinder spielen gegen mich. So, und der Elias läuft ein Feld. Merkt? So schwer ist das gar nicht. Dann ist die Alina dran. Erst der grüne Würfel. Es geht recht schnell, das Spiel. Drei. Es sei denn, sie drehen dauernd bei mir. Eins, zwei, drei. Nein. Drei ist grüner Würfel. Grüner Würfel ist drehen, Elias. Das weißt du doch. Das weiß schon die Alina immer. Du musst nicht drehen. Kannst du auch... Kannst du auch verfallen lassen. Oder du kannst einfach leere Felder... Hier drehen. Kannst du auch. Eins. 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 Zwei. Drei. Jetzt muss man dazu sagen, das Spiel ist ja erst ab sechs Jahre. Die Alina ist vier und spielt da schon mit. Der Elias ist ja sechs Jahre. Und jetzt... Ich muss nur noch mit dem. Genau. Zwei Felder laufen. Zwei. Für alle läuft es halt gerade nicht gut. Schau mal. Ja, schau mal. Oh, und wo kommt es jetzt hin? Da hin. Schau mal, das ist das gleiche Feld. Zwei. Drei. Vier. Oha. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Oh, das hat keine Aussage. Das heißt, du musst eine deiner Zielkarten tauschen. Das sind diese hier. Aber wir haben ja noch keine. Ich habe es gesehen da unten. Ehrlich? Dann mische ich die gleich nochmal. Die Alina sieht immer alles, oder? Ohohohoho. Nein, 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 nein. Ich mische die mal. Ja, bei euch muss ich ja echt aufpassen. So. Und jetzt ziehe ich mir eine Karte. Ha. Und da muss ich hin. Soll ich es runter gucken? Ich zeige es den Zuschauern ganz kurz mal. Ich habe es gesehen. Nein, 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 nein. Ich habe es gesehen, ich habe Kinder geguckt. So, nichts verraten. So, der Elias ist dran. Was war es von mir? Nein, ich will gewinnen. Eine Fähre. Psst. A Fähre. Da darfst du nicht hinkommen. Elias ist dran. Grüner Würfel, Elias. Guck, das ist der Papa da hin. Nein, bin ich nett. Nein, nein. Da muss er hin. Ich habe es gesehen. Der muss da hin. Okay. Jetzt nimmst du eine Karte. Zeig es den Zuschauern. Nein. Okay. Eine. Keine drei. So. Und jetzt bin ich dran. Ich würfel. Jeder hat von uns jetzt eine Zielkarte. Da muss man hin. Könnt ihr kurz mal weg gucken? Ich will es den Zuschauern sehen. Kann man wegschauen, Elias? Wegschauen in die Kamera. So. Die Zuschauer kennen jetzt meine Karte. Kennen aber nicht die Karte von den Kindern. So. Und dann bin ich mal gespannt. Da musst du da hin. Und wo bin ich jetzt? Auf welchem Feld? Blau. Und wo muss ich hin? Nein. Das ist nicht lustig. Da. Nein. Ich war kurz vorm Ziel. Oh. Er muss die Karte tauschen mit jemandem. Jetzt wird es spannend. Mit wem tauscht er wohl die? Mit dir auf keinen Fall. Wir wissen schon, dass du hier hin musst. Mit wem tauscht du die Karte? Hergeben. So. Und die Alina bekommt dem Elias seine Karte. Ich schau nicht. Jetzt kennen sie natürlich die Ziele. Nur der Papa kennt es nicht. Und damit ist die Alina dran. Alina, was hast du gewürfelt? Und wo musst du hin? Ah. Überze... Ne, oder? Da. Da musst du hin, will ich sehen. Ach, ne. Ja. Wir haben getan. Glückwunsch, Alina. So, und jetzt zeige ich den Zuschauern, wo bist du hin? Oh, ich habe es geahnt. Und schaut mal, wo ich hin habe müssen. Ja, habe ich eh gewusst. Ja, ihr habt es gewusst. So. Ja. Zum Abschluss. Das Spiel ist schon etwas älter. Das kriegt man teilweise noch im Handel. Es gibt dazu, glaube ich, keine Neuauflage. Es ist ein tolles Spiel. Das habt ihr ja gesehen. Das ist voll cool. Das ist cool? Voll gut. Was gefällt euch denn an dem Spiel? Ich habe alles. Ne, nicht alles. Was findest du besonders toll an dem Spiel? Alles. Bei mir gefällt es, dass da... Die Tiere gefallen dir? Ja, besonders gut. Ich finde es toll mit den Drehschalten. Und das mit den Karten. Aha. Ich finde das. Ich finde die Figur toll. Die und die. Und wie findet ihr das mit den zwei Würfeln? Ich finde die auch gut. Gute Idee? Ich finde nur diese toll, diese toll, diese toll und diese toll. Okay. Und das ist auch ganz gut gemacht wegen dem Grün. Dann kann man vielleicht auch erkennen, dass man das drehen kann. Und? Es ist toll. Man kann es bis sechs Spieler können hier mit spielen. Ja, und man kann auch ein paar andere ärgern. Genau. Aber weißt du, was schade ist bei dem Spiel? Man kann es nicht zu zweit spielen. Beim Drehen kann man ein paar Ärger. Beim Drehen kann man ärgern. Man kann es nicht zu zweit spielen. Ihr müsst mindestens. Das ist gar nicht gut. Aber zu zweit macht es auch keinen Spaß. Und wenn man hier in die Mitte ist, darf man die Karte, darf man gucken, ob was drunter ist. So. Okay. Also. Insgesamt gefällt es euch super, das Spiel? Ja. So oder so? So oder so? Wie gefällt euch das Spiel? So. Daumen hoch. Und bei dir? Mittel? Auch super. So. Nein. Ich habe es schräg. Na, so schräg. Aber ihr könnt es auf jeden Fall auch zu sechs spielen. Das geht es ja richtig ab hier. Da braucht man auch sehr viel Glück bei dem Spiel. Also. Das Fazit insgesamt. Ein tolles Kinderspiel. Ja. Kinderfamilien-Spiel. Was man leider erst ab drei Spieler spielen kann. Ja. Aber man kann das Spiel mit bis zu sechs Spieler spielen. Ansonsten. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gib dann doch einen Daumen hoch und ein Abo von meiner Seite. Tschüss. Tschüss. Macht's gut. Macht's gut. Macht's gut. Hallo Freunde, schön aufgepasst. Hier kommt der Spiele-Blog zu euch nach Haus.